Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts, heute mit einem Aktien-Update der besonderen Art. Denn normalerweise schauen wir uns ja immer die US-Tech-Unternehmen an, also die Super-6 aus den USA. Aber auch in Europa haben wir spannende Companies und die wollen wir heute mal näher beleuchten. Hi Tumai. Hey Theo. Ja, wie immer, ich bin sehr gespannt darauf, was wir heute besprechen. Ein Blick auf Europa, hier kann man gleich mal vorwegnehmen, es wird nicht ganz so tech-lastig wie sonst. Und du kannst unseren Zuhörern und Zuschauern ja einen kurzen Durchritt geben, um welche 6 Unternehmen es sich hier in Europa handelt, die die größten sind. Also die Super-6 aus Europa fangen an mit SAP auf Platz 6, das wertvollste Unternehmen in Deutschland. Dann auf Platz 5 Hermes aus Frankreich, Platz 4 L'Oreal ebenfalls aus Frankreich. Dann Platz 3 LWMH, der Mutterkonzern von Louis Vuitton. Auf Platz 2 ASML aus den Niederlanden, die wir ja öfter auch schon mal erwähnt haben im Kontext mit NVIDIA und Künstlicher Intelligenz. Und auf Platz 1 Novo Nordisk aus Dänemark, das Pharmaunternehmen. Ja, also was man hier ja gleich erkennt, ist, dass wir hier erstaunlich viele Luxusmarken oder Konsumgüter haben, die überhaupt nichts mit Computern zu tun haben. Da können wir ja gleich mal ein bisschen näher darauf eingehen. Fangen wir doch einfach mal an mit Platz 6. Also wir rollen das Ganze von hinten auf. SAP. Wie groß ist denn SAP? Also mittlerweile kennen wir ja diese ganzen Market Caps, also die Unternehmensbewertung der US-Unternehmen ja immer ganz gut. Wir sprechen da von Trillion-Dollar-Companies. Die größten sind jetzt sogar 3 Trillion oder 3 Billionen groß. In Europa müssen wir ein bisschen kleinere Brötchen backen, aber dennoch sehr beeindruckende Companies. Und SAP ist die größte deutsche Company, ist 220 Milliarden wert. Also ungefähr so groß wie Netflix, also müssen sich da jetzt auch nicht verstecken, hinter den US-Companies. Und vielleicht zur Aktien-Performance. Im letzten Jahr waren die 46 Prozent im Plus, was auf ein Jahr erstmal ganz spannend klingt. Auf die letzten fünf Jahre aber nur 50 Prozent im Plus. Das heißt, da hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Das heißt, das letzte Jahr hat eben relativ viel Wachstum eben gebracht, aber davor war es eben eher stagnierend. Ich würde später einfach nochmal gerne darauf zurückkommen, wie groß diese europäischen Super 6 im Vergleich zu den globalen Super 6 sind. Aber wie gesagt, bleiben wir erstmal bei SAP, bei Platz 6. Welche technologischen Innovationen haben denn SAP dazu verholfen, diese Position zu erreichen? Also man könnte ja denken, dass bei europäischen Unternehmen auch irgendein BMW, Volkswagen, BASF oder sowas relativ weit vorne ist. Hier SAP als deutsches Unternehmen. Was macht denn SAP hier so besonders? Also das Besondere ist eben einfach, dass SAP ein Softwareunternehmen ist, ein Technologiekonzern und damit natürlich deutlich besser skaliert als jetzt irgendein Automobilhersteller. Also Automobilhersteller, die haben ja nicht ganz so tolle Margen. Die müssen dann ja irgendwie schon große Fabriken aufbauen. Das Ganze ist ja kapitalintensiv. Und wenn du eben Software machst, so wie in den USA, in Google oder in Microsoft oder eben in Europa ein SAP, dann hast du prinzipiell vom Geschäftsmodell her erstmal eine ziemlich gute Basis, um dann eben auch profitabel zu werden, also sehr profitabel zu werden. Die Frage ist dann natürlich immer nur, wie groß wirst du? Und SAP ist eben eigentlich so mit das einzige deutsche oder auch europäische Unternehmen, das es eben wirklich so in diese Größenordnung geschafft hat. SAP macht ja vor allem Enterprise-Software, also jetzt nichts, was der normale Endkunde jetzt nutzen würde. Ich bin ehrlich gesagt jetzt auch kein SAP-Experte, aber da geht es ja irgendwie viel um Software, um sein Unternehmen zu planen. Also sogenannte ERP-Software, glaube ich, auch um Finanzsoftware, Buchhaltungssoftware, Logistik zum Teil auch. Also jetzt nichts, was wir jetzt vielleicht als super sexy jetzt erachten würden, jetzt als Endverbraucher, aber eben einfach extrem wichtig, natürlich für alle Unternehmen. Und da gibt es ja, ja weiß ich, tausende von Unternehmen global, die auf SAP laufen. Und da gibt es ein riesen Ökosystem auch von SAP-Implementierungsagenturen, von SAP-Beratungen. Und SAP möchte jetzt ja auch stärker in den Bereich AI einsteigen, weil sie jetzt natürlich eben auch ihr Produkt dadurch wertvoller machen möchten und auch vermeiden möchten, dass jetzt irgendwelche anderen Player in den Markt reinkommen, die vielleicht durch AI besser sind als SAP. Von daher, glaube ich, einfach ein spannendes Unternehmen. Aber leider gibt es eben viel zu wenige solcher SAPs in Deutschland und in Europa. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, SAP, deutsches Unternehmen, übrigens hier in der Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg, die sind global tätig, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also das heißt, wirklich auch weltweit nutzen Unternehmen SAP-Systeme. Und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt auch schon Pläne, die kommuniziert wurden, dass hier ja künstliche Intelligenz auch mitgedacht wird, oder? Also das heißt, auch zukunftsweisend die Strategie von SAP. Definitiv. Also solche Unternehmen wie SAP oder auch Salesforce zum Beispiel, die müssen natürlich auch KI bei sich einbauen, um einfach die Funktionalität der Software eben zu verbessern. Ich frage mich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, ob SAP größer und wertvoller wäre, wenn die jetzt in den USA sitzen würden. Das hat verschiedene Faktoren. Also zum einen wären sie dann vielleicht noch näher an den Riesenkunden dran in den USA. Aber dann hätten sie vielleicht noch besser Zugriff auf noch mehr gute Mitarbeiter als jetzt irgendwie in Waldorf, jetzt in Baden-Württemberg. Also klar haben die jetzt auch globale Locations und Offices und so. Aber es spielt schon noch eine Rolle, wo dein Headquarter ist. Und dann, glaube ich, spielt es auch eine Rolle, glaube ich, auch, wo du an der Börse gelistet bist. Also ich glaube, SAP könnte vielleicht sogar noch ein bisschen größer sein, wenn sie in den USA wären, wäre jetzt nochmal meine Vermutung. Okay, kommen wir dann mal zu Platz 5, Hermès, ein französisches Unternehmen. Und ja, also hier ist besonders spannend, dass die fast ihr ganzes Unternehmen oder ihren ganzen Erfolg auf ein einziges Produkt zurückführen, oder? Ich würde nicht sagen auf ein einziges Produkt, aber wir haben ja schon mal über LWM Asch gesprochen. Über die sprechen wir ja gleich auch noch. Und bei LWM Asch ist es ja so, dass die so ein riesiger Konzern sind, unter dem es eben zig verschiedene Marken gibt. Und bei Hermès gibt es halt genau eine Marke. Es gibt halt die Marke Hermès. Und dann haben die halt natürlich verschiedene Produktgruppen, die bekannten Handtaschen, die Birkin Bag und die Kelly Bag und natürlich irgendwelche Schals, Gürtel, Möbel, T-Shirts, Klamotten und so weiter. Aber es ist eben wirklich nur eine einzige Marke. Vielleicht auch hier wieder die Market Cap, das sind 229 Milliarden Euro. Also normalerweise reden wir ja immer über Dollar, jetzt haben wir eben hier die Euro. Und im letzten Jahr ist die Aktie 14 Prozent im Plus. Also 14 Prozent jetzt nicht so toll, also so ähnlich wie so ein DAX ungefähr. Über die letzten fünf Jahre hat sich das Unternehmen fast verdreifacht in der Market Cap, also plus 191 Prozent. Also wäre auf jeden Fall auch ein gutes Invest gewesen. Wäre ein gutes Invest gewesen auf die letzten fünf Jahre. Die Frage ist ja immer so ein bisschen, was du dein Benchmarken wirst. Also ich glaube jetzt für Leute, die jetzt alternativ in Nvidia investiert haben, sind 200 Prozent natürlich zu wenig über die letzten fünf Jahre. Aber wir werden nachher sehen, dass 200 Prozent halt echt viel ist über fünf Jahre. Also auch Google hat sich jetzt in den letzten fünf Jahren auch nicht verzehnfacht. Also da können die besten europäischen Unternehmen schon mithalten, was die Rendite angeht, über die letzten fünf Jahre. Hermes ist eigentlich für dich so ein Begriff. Also klar, Louis Vuitton kennt ja jeder, aber was verbindest du mit Hermes? Hast du damit irgendwelche Touchpoints? Hast du Freunde, Freundinnen, die sowas kaufen? Oder woran denkst du da, wenn du Hermes hörst? Also ich denke tatsächlich gleich an Louis Vuitton, lustigerweise. Das ist so die erste Assoziation, die ich habe. Ja, irgendwie denke ich die beiden dann immer zusammen. Und ich glaube, ich habe kein so richtiges Bild dazu, außer irgendwie im Luxusbereich so diffus. Also klar, diese Kelly Bag oder diese Birkin Bag. Aber mir war jetzt zum Beispiel nicht klar, dass Hermes Hermes ist und Louis Vuitton 75.050 Marken noch unter sich hat. Das weiß ich jetzt. Aber ja, also ansonsten habe ich da jetzt keine zig Gedankengänge dazu. Das wundert mich jetzt, dass tatsächlich Hermes wirklich aus einer einzigen Marke besteht und da alles drunter packt. Also eine völlig andere Strategie als Louis Vuitton, aber offensichtlich fast genauso erfolgreich. Das Spannende ist eben, dass Hermes halt noch viel exklusiver ist. Also Louis Vuitton ist ja eher so ein Massenprodukt und Hermes ist halt viel teurer und auch viel schwieriger zu kriegen. Wir haben ja im letzten Jahr mal diese Folge gemacht über diese ganzen Uhren, dass wir gesagt haben, Uhren sind schwierig zu kriegen. Dass du dann ja erstmal irgendwelche Uhren kaufen musst, die dir gar nicht gefallen, um dann deine Wunschuhr zu bekommen. So ähnlich ist es auch bei Hermes. Also wenn du jetzt hier in München in den Hermes-Laden rein spazierst, also der ist ja hier wenige, ich sag mal, Schritte entfernt jetzt auch vom Podcast-Studio in der Maximilianstraße. Dann ist es eben auch so, dass du sagen kannst, okay, hier sind irgendwie, was weiß ich, 10.000 Euro. Ich hätte jetzt gerne diese Hermes-Tasche, ja. Und dann würden die sagen, nee, sorry, geht leider nicht. Eben nur für Leute mit einer sogenannten Historie. Und Historie würde dann bedeuten, dass du schon irgendwelche Schals von denen gekauft hast, irgendwelche Sonnenbrillen, irgendwelche Karten-Etuis, irgendwelche Möbel oder sowas. Das heißt, dass du schon irgendwie für Tausende oder zigtausende Euro schon irgendwelchen Quatsch gekauft hast. Und dann kriegst du dann vielleicht dann das Standing, dass du dann deine Wunsch-Hermes-Böcken oder Kelly-Bag kaufen kannst. Und die Leute, die dann eben nicht diese Geduld haben, die kaufen sich das Ganze dann eben auf dem Graumarkt. Und nehmen wir an, der Listenpreis von dieser Tasche, da kenne ich jetzt auch nicht so gut aus, aber nehmen wir an, der Listenpreis von der Tasche wäre jetzt irgendwie 10.000 Euro. Dann kann es eben sein, dass die auf dem Graumarkt dann eben 30.000 Euro kostet. Und es halt für manche Kundenbinnen immer noch besser ist, die sozusagen gebrauchten, für 30.000 Euro zu kaufen, als sich da erstmal über Monate und Jahre hochzuarbeiten und sich irgendwelche Möbel zu kaufen, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben. Also das heißt, die 30.000 Euro auf dem Graumarkt sind dann immer noch günstiger als diese ganzen Nebenkosten, die man hat, bis man an so eine Tasche kommt? Ja, eventuell schon, ja. Also ich glaube, wenn du jetzt halt wirklich nur diese Tasche haben möchtest und dir das halt voll wichtig ist und du eigentlich sonst nichts haben möchtest, ja, dann kann es halt unter Umständen besser und billiger sein. Die halt sozusagen auf dem Sekundärmarkt zu kaufen. Du musst natürlich aufpassen, dass es irgendwie kein Fake ist und so. Und ich glaube, was Hermes eigentlich haben möchte, ähnlich wie bei diesen Luxuerenherstellern, ist eben, also die wollen im Prinzip keine Kunden haben, die sich halt die 10.000 Euro zusammenkratzen für die Tasche. Die wollen halt schon Kunden haben, die, ja, für die es halt okay ist, erstmal diesen ganzen anderen Quatsch zu kaufen, sag ich jetzt mal, ja. Um sozusagen in die Welt von Hermes einzutauchen, die dann halt auch wirklich halt irgendwie so Möbel kaufen oder einen Teppich oder irgendwelche Tücher oder sowas, ja. Um sich dann halt quasi für diese Tasche zu qualifizieren. Die haben im Prinzip ein Interesse an diesem Customer Lifetime Value. Das heißt jetzt einer Kundin jetzt diese Tasche für 10.000 zu verkaufen, ist für die eigentlich gar nicht so spannend. Die wollen halt eine Kundin haben, die halt da vielleicht vorher schon 50.000 ausgegeben hat oder so oder einen höheren Betrag. Und die dann quasi belohnt wird mit dieser Tasche. Nee, von daher einfach Hermes nochmal deutlich exklusiver als Louis Vuitton. Ich habe jetzt nicht so genau auf die Umsatz- und Profitabilitätszahlen geschaut, aber ich würde vermuten, dass Hermes auch deutlich profitabler ist, weil die eben nicht so viele Stores managen müssen, nicht so viele Marken, sondern eben nur diese eine Marke, die halt total überteuert ist. Wenn man sich eben diese Market Cap anschaut, da kann ich mir eben vorstellen, dass eben Hermes wahrscheinlich schon deutlich kleiner ist im Umsatz, aber vielleicht viel profitabler und dadurch dann eben auch in der Market Cap irgendwo vergleichbar mit einem Louis Vuitton oder einem LWMH, obwohl der eben viel, viel größer ist. Ja, spannend. Eine Frage kommt mir da jetzt noch in den Kopf. Wenn es jetzt so schwierig ist oder lange dauert, so eine Tasche zu bekommen beispielsweise, dann wäre doch wahrscheinlich die Strategie, dass man die erst on demand überhaupt produziert, oder? Also das heißt, man hat dann auch nicht diese ganzen Lagerkosten, wie du auch schon gesagt hast, nicht irgendwie X-Stores zu managen, wo man dann die Auslagen pflegen muss und so weiter, sondern man groomt sich sozusagen erstmal seine Kundschaft und kriegt dann eine Bestellung und gibt das dann erst in Auftrag oder wie funktioniert das? Ich gehe schon davon aus, dass es irgendwie in Frankreich oder in irgendeinem europäischen Land gefertigt wird. Da sind die Kosten ehrlich gesagt auch nicht so hoch. Also ist mir ganz lustig, es gibt auf TikTok so einen lustigen Typen, der ist echt clever. Er kauft immer solche Luxushandtaschen und dann nimmt er immer sein Messer und nimmt die dann auseinander irgendwie. Also der ritzt dann wirklich so voll rein irgendwie, weil es halt auch so ein gelernter Handtaschenmacher ist. Und dadurch zieht er halt voll viele Views, was halt voll cool ist. Es geht halt voll viral und dann analysiert er immer, wie ist die Verarbeitung, wie ist das Leder, ist es qualitativ hochwertig, wie viel wird es kosten, die irgendwie zusammen zu, ja, die zu bauen, die zu produzieren. Sein Geschäftsmodell ist dann aber eigentlich, dass er halt seine eigenen Taschen verkauft, weil sein Fazit immer ist, naja, bei all diesen Luxusmarken, da zahlt er natürlich nur für die Marke, was wir uns natürlich auch hätten denken können. Aber spannend ist halt auch immer, dass er sagt, naja, selbst wenn du das beste Leder nimmst, dann ist das Material, kostet vielleicht so 50 oder 100 Euro meinetwegen, ja. Und selbst wenn du es irgendwie von promovierten Schneidern in einem Schloss in Europa, in Versailles irgendwie zusammenbauen lässt oder sowas, ja, dauert es halt trotzdem nur zwei Stunden oder eine Stunde, das halt zusammenzubauen. Das sind halt nochmal 100 Euro irgendwie an Arbeitskosten oder sowas, ja. Diese 10.000 Euro Handtasche, ja, die kostet halt in der Herstellung halt nur 100, 200 oder 300 Euro, man lasst es 400 Euro sein. Das heißt, die Margen sind einfach gigantisch, das heißt, da macht es eigentlich für die auch gar keinen so großen Unterschied, ob die die jetzt in Europa oder halt in einem, ja, ich sag mal in Asien produzieren. Und für das Image ist es natürlich super wichtig, die natürlich dann in Europa zu produzieren. Unser nächster Platz, Platz vier, auch wieder ein französisches Unternehmen, nämlich L'Oreal. Also ich glaube, L'Oreal kennt jetzt wirklich jeder und wahrscheinlich hat wirklich auch schon jeder und jede irgendwann irgendein L'Oreal-Produkt benutzt. Ein großes Kosmetikunternehmen. Ich weiß nicht, ist L'Oreal wie Hermes auch einfach L'Oreal oder sind da noch irgendwie x, ja, Untermarken dabei? Ich glaube, Schwarzkopf ist irgendwie auch L'Oreal oder? Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das eine Untermarke ist oder ob das einfach draufsteht auf den Shampoo-Flaschen. Ich achte da ja nicht so drauf. Wenn da steht L'Oreal, dann ist es für mich L'Oreal und fertig. Und wenn da irgendwas anderes draufsteht, dann gucke ich nicht noch hinten drauf, ob da irgendwo klein L'Oreal draufsteht. Also L'Oreal ist tatsächlich ein riesiger Konzern, der eben ganz viele Marken eben beherbergt. Also eher so dieses LVM-Asch-Modell. Das kommt eben einfach daher, dass wenn du so ein großes Konsumgüterunternehmen bist, du halt gut sein musst in Produktion, in Marketing, du musst die Sachen ja irgendwie in den Vertrieb bringen und so weiter, also quasi in den Laden bringen. Und wenn du es halt für eine Marke kannst, dann kannst du es halt irgendwie auch für 10 Marken oder für 20 Marken. Von daher ist es halt so ähnlich wie bei so einem Procter & Gamble halt, die halt für diese ganzen Lebensmittel oder Konsumgüter dann ja auch total viele Marken dann haben. Ich habe jetzt mal nebenbei im Internet geschaut. Ich weiß nicht, ob es die aktuellste Version ist, aber einfach mal so ein paar Marken, die eben unter dieses Dach von L'Oreal fallen. Also das ist natürlich L'Oreal Paris natürlich, als die große bekannte Marke. Aber eben auch Dinge wie Maybelline, Lancome, CeraVe, Kerastase, Garnier, Nix. Dann viele Lizenzprodukte, wo du quasi von Designern die Lizenz kaufst und dann in deren Auftrag quasi Produkte machst, wie zum Beispiel Yves Saint Laurent, Armani, Prada, Valentino, Diesel. Also einfach irgendwie zig Marken, die eben quasi unter das Dach von L'Oreal eben fallen. Ja, genau, ja. Auch noch hier Vichy sehe ich eben gerade, Kiels und so weiter. Also falls diese Übersicht stimmt, ja, die fallen eben alle unter L'Oreal. Ja, krass. Also dass Lancome oder Vichy zum Beispiel da drunter fallen, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Weil, also für mich war das irgendwie immer, ja, so was Eigenes. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie so eine eigene Marke oder ein eigenes Unternehmen. Und auch die ganzen anderen Sachen. Also ein paar davon haben mich überrascht, ein paar davon haben mich jetzt nicht so überrascht. Aber man kann sagen, ja, L'Oreal, riesiges Kosmetikunternehmen. Wer sind denn die größten Konkurrenten dann? Gibt es da dann noch so großartig andere? Oder geht es dann schon irgendwie einfach auf Eigenmarken von den Druckerien? Also es gibt dann halt andere Wettbewerber von L'Oreal, die eben auch solche Konglomerate sind. Da muss ich gerade mal schauen, wer das jetzt eigentlich ist. Es gibt halt irgendwie große Gruppen, wie zum Beispiel Estee Lauder zum Beispiel, ja. Die halt irgendwie auch mehrere Marken unter sich dann eben auch, ja, sozusagen vereinen. Dann gibt es halt irgendwie so amerikanische Marken, irgendwie, weiß nicht, Coty oder sowas, ne. Das heißt, da habe ich jetzt gerade auch gar nicht so den Überblick. Aber insgesamt ist es halt so, dass es ja bei Konsumgütern, ne, halt irgendwie sowas gibt wie Procter & Gamble und Unilever und so weiter. Zu denen halt dann irgendwie zig verschiedene Marken gehören. Und im Kosmetik-Space ist es dann eben genauso. Insgesamt kann ich aber sagen, dass L'Oreal extrem gut aufgestellt ist. Ich habe ja auch ein paar Mal mit denen gearbeitet. Habe da auch letztes Jahr mal bei denen in Düsseldorf auch einen Vortrag gehalten. Also total beeindruckend, wie sie es dann eben auch schaffen, so global so viele Marken dann eben zu managen. Auch so eine Marke, die ich ja gerne mag, Aesop zum Beispiel, ne. Das ist ja diese völlig, ja, ein bisschen überteuerte Handseife, die aber sehr, sehr gut ist, aus meiner Sicht. Oder einem gutes Gefühl vermittelt, sage ich jetzt mal, ja. Die wurden dann eben auch übernommen für ein paar Milliarden Dollar, eben auch von L'Oreal. Wird da jetzt eben auch mitgemanagt. Und rein von den Zahlen her, L'Oreal an der Börse 236 Milliarden Euro wert. Die Aktie im letzten Jahr 8 Prozent im Plus und in den letzten fünf Jahren 73 Prozent im Plus. Ja, also hier sieht man ja auch, wenn man einfach mal so ein paar Sachen kauft, also Aktien meine ich jetzt, ja, von Unternehmen, dessen Produkte man auch einfach benutzt, fährt man manchmal auch ganz gut. Also in diesem Fall zum Beispiel, wenn man überhaupt nichts weiß und einfach ständig L'Oreal sieht, L'Oreal hört, weiß, es ist irgendwie eine Firma that's still around seit, keine Ahnung wie viele Jahren. Ja, also schon seit wir klein sind quasi. Bis jetzt ist es ja einfach immer da. Das sind ja so Unternehmen, die durchdringen den Alltag irgendwie so einfach. Und da hat man jetzt auch fast eine Verdopplung seines Kapitals in den letzten fünf Jahren erzielt. Das Spannende ist, dass ich persönlich, weil ich ja immer so techbegeistert bin, ja jetzt sagen würde, hey, das ist ja irgendwie jetzt nicht so sophisticated, jetzt einfach nur zu sagen, ich gehe in den Supermarkt, gucke mal, welche Marken es da gibt. Und dann kaufe ich mir irgendwie deren Aktien oder sowas, ne? Das Spannende ist, meine Oma kauft, ich kaufe es auch, och, die sind an der Börse, nehme ich mal mit, ja. Und dann in fünf Jahren hast du plötzlich doppelt so viel Geld. Also ist auf jeden Fall ja schon mal viel besser als irgendein Sparbuch, Bausparvertrag oder sonst wie irgendeine Anlageform. Das Interessante ist halt, dass Warren Buffett, ja, also die Investorenlegende, im Prinzip halt zum Teil so ähnlich investiert. Also der kauft halt einfach sowas wie Coca-Cola und Gillette und McDonalds und irgendwie so ein Kram und hält das halt über zig Jahre, ja. Wo ich halt irgendwie sagen würde, hä, ist ja irgendwie voll schräg irgendwann, ja. Es gibt auch viel profitablere Companies, viel coolere Sachen, Software, AI und so weiter. Und der, lustigerweise, also der sagt ja immer, er investiert nur in Dinge, die er auch versteht, ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt besonders viel jetzt in Nvidia investiert hat, aber das ist halt einer der reichsten Männer der Welt, ja. Also der macht das irgendwie schon ganz gut. Und tatsächlich investiert er halt irgendwie viel in solche Massenkonsumgüterunternehmen. Ja, von daher glaube ich auch eine ganz spannende Strategie. Compound-Effekt. Also wenn du es dann einfach irgendwie 20, 30, 40 Jahre lang hältst, Stuff that's around, so ungefähr, ja. Dann bist du dann halt auf einmal trotzdem stinkend reich am Ende deines Lebens. Also ist auch eine gute Möglichkeit, hier an die Börse zu gehen. Warum nicht? Also kommen wir dann zu Platz 3. Louis Vuitton, haben wir ja gerade eben schon erwähnt. Und ja, fass doch einfach nochmal kurz zusammen, wie viele Marken sind unter diesem Dach und was sind denn so die bekanntesten Marken davon? Genau, also die Company heißt ja LVMH, also Louis Vuitton, Moet Hennessy. Und dazu gehören eben, ja, ich glaube 75 Marken. Ich glaube, das Portfolio, das vergrößert sich auch immer weiter. Aber da gibt es ja auch noch verschiedene Bereiche. Das heißt, es gibt das ganze Thema Fashion und Lederwaren. Dann eben diesen ganzen, ich sag mal, Spirituosenbereich. Dann gibt es irgendwie Make-up und so weiter und so fort. Dann auch noch Retail. Aber vielleicht so die bekanntesten Marken aus dem Fashion-Bereich sind natürlich Louis Vuitton selbst. Dann zum Beispiel Lueve, was ja gerade super angesagt ist. Also Lueve habe ich letztens zum Beispiel auch mal ein Produkt gekauft. Also eigentlich super coole Marke. Dann Céline, Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, DKNY. L'Europiana gehört eben so dazu. L'Europiana sind ja so diese Sachen so komplett ohne Label. L'Europiana steht ja so voll für dieses Quiet Luxury, wo du halt sagst, okay, es sieht eigentlich genauso aus wie Zara, nur halt in besserer Qualität. Aber da kostet halt ein T-Shirt dann irgendwie 800 Euro, so ungefähr. Das gehört eben auch zu Louis Vuitton. Und dann haben sie eben noch ihren ganzen Spirituosenbereich. Und da gehört eben sowas rein wie Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Delvedere Vodka, Tennessee, Ruina und so weiter. Also ganz viele Alkoholmarken, die man auch so kennt. Das heißt, das ist so dieses riesige Konglomerat. Dann machen die auch noch einiges im Bereich Uhren. Also zu denen gehört zum Beispiel sowas wie Hublot, Tag Heuer, auch Debers zum Beispiel, diese Diamanten, die gehören auch zu denen. Tiffany haben die ja auch gekauft. Also Tiffany, Juweliere, also einfach so ein ständig wachsendes Konglomerat. Und das Besondere an diesem Unternehmen, wir haben übrigens auch eine Extra-Folge dazu irgendwann mal gemacht. Das Besondere an diesem Unternehmen ist ja, dass es familiengeführt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Also die sind jetzt schon an der Börse, also da berichten wir ja auch drüber. Aber tatsächlich gibt es eben diesen Patriarchen, diesen Bernard Arnault, der immer so abwechselt sich mit Elon Musk und Jeff Bezos. Wer ist der reichste Mensch der Welt? Und tatsächlich hat er dann eben so, ja, so seine, ich glaube, fünf Kinder oder so, die jeweils unterschiedliche Bereiche der Company dann eben auch führen. Und da wird jetzt immer spekuliert, wer denn tatsächlich dann die Nachfolge antritt, weil der jetzt im Jahr auch schon, weiß ich, über 70 ist. Die Company ist 358 Milliarden Euro wert. Die Aktie lief im letzten Jahr jetzt nicht so gut, also 15 Prozent im Minus. Vielleicht zum Teil, weil, also die sind ja sehr stark abhängig auch vom asiatischen Markt, gerade vom chinesischen Markt. Und immer, wenn dort vielleicht die Konjunktur so ein bisschen runter geht oder die Leute da ein bisschen zurückhaltender sind oder vielleicht auch gerade andere Marken vielleicht in sind, dann merken die das natürlich halt sofort. Und über die letzten fünf Jahre hat sich die Aktie aber auch fast verdoppelt und das ist 94 Prozent im Plus. Also auch solides Investment konnte man jetzt da auch nicht viel falsch machen, wenn man es vorher gewusst hätte natürlich. Dann kommen wir doch zu Platz zwei. Bei ASML, also über diese Firma haben wir ja tatsächlich in Bezug auf die anderen Super 6, über die wir immer sprechen, sehr viel gesprochen. Woher kommt denn die Firma und vielleicht für die, die diese Folge zum ersten Mal hören, was macht sie? Die ASML kommen aus den Niederlanden. Ich muss jetzt auch gestehen, vor zwei Jahren wusste ich auch nicht, wer ASML ist, ja. Und das ist halt jetzt zufällig eine der größten Companies in Europa, nämlich auf Platz zwei. Eine Company aus den Niederlanden und die sind ganz wichtig in der Chip-Produktion. Wir wissen ja bei der Chip-Wertschöpfungskette, dass das Design ja von Companies kommt wie Nvidia oder auch AMD. Die Produktion selbst findet ja meistens bei TSMC statt in Taiwan, in diesen, weiß nicht, 10 Milliarden Dollar Fabriken. Aber die wiederum brauchen ja auch wieder Maschinen, um jetzt zum Beispiel diese Chips herzustellen. Und da gibt es dann eben diese Company ASML. Die stellen halt quasi extrem spezialisierte Maschinen her und die haben irgendwie so ein Verfahren entwickelt. Das heißt irgendwie EUV, irgendwie Extreme Ultraviolet Lithography, ja. Also mit denen du dann eben auch diese Chips dann quasi auch sozusagen, ja, produzieren kannst. Eine von diesen Maschinen zum Beispiel, ganz beeindruckend, eine Maschine wiegt wohl 150.000 Kilo, also 150 Tonnen, kostet über 300 Millionen Dollar, besteht irgendwie aus zigtausend Komponenten. Das heißt, die müssen halt auch ganz viel mit Zulieferern arbeiten und eigentlich haben die halt auf der Welt eigentlich nur eine Handvoll Kunden, ja. Das heißt, wer kauft solche Maschinen? TSMC kauft solche Maschinen, Samsung kauft solche Maschinen, Intel kauft vielleicht noch solche Maschinen. Aber du bist halt echt nicht viele Kunden dafür, aber brauchen sie halt auch gar nicht, weil die Dinge einfach total teuer sind. Und die sind jetzt halt auch auf die nächsten Jahre irgendwie schon ausverkauft, weil die gar nicht so viele Maschinen liefern können, ja. Und das sind halt echt solche Riesenmaschinen, die dann irgendwie mit zig Flugzeugen quasi dann sozusagen irgendwo hingebracht werden müssen, zum Beispiel zu CSNC, um dann zusammengebaut zu werden. Also ich glaube, das ist ein ganz beeindruckendes Unternehmen. 388 Milliarden Euro Wert an der Börse. Im letzten Jahr 53 Prozent im Plus und über die letzten fünf Jahre 453 Prozent im Plus. Das heißt, wenn man eben diesen Hidden Champion damals für sich entdeckt hätte, dann hätte man sein Geld eben mehr als verfünffacht in den letzten fünf Jahren. Ja, aber halt auch nur in den letzten fünf Jahren, wenn man es mal mit Nvidia vergleicht, deutlich langsameres Wachstum, obwohl genauso wichtig für den KI-Boom, der derzeit einfach stattfindet. Wie stark kann denn ASML noch wachsen? Also die können ja jetzt nicht so viele Maschinen auf den Markt hauen, wie jetzt Nvidia Chips auf den Markt hauen kann, logischerweise. Du hast ja gerade schon beschrieben, das sind dann immer große Transporte. Das dauert ewig. Man muss da noch zig Zulieferer managen und so weiter. Also denkst du, das wird einfach so ein weiteres, langsames, gemütliches, aber stetiges Wachstum? Oder ist da dann auch irgendwann einfach die Kapazitätsgrenze erreicht? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass du kein Unternehmen mit Nvidia vergleichen kannst. Also du kannst die Renditen nicht vergleichen, du kannst die Gewinne nicht vergleichen. Von daher können wir jetzt nicht sagen, Mensch, das ist jetzt aber, also jetzt nur verfünffacht und nicht verhundertfacht oder so. 20-fach oder so, klar. Genau, ja, das können wir jetzt nicht sagen. Also ich glaube, man sollte ASML mal für sich bewerten. Ich glaube, eine extrem gute Company. Ich kenne jetzt deren Produktroadmap, ehrlich gesagt, jetzt nicht so gut. Ich denke mal, die werden ja natürlich auch daran bestrebt sein, halt immer State of the Art zu sein, was solche Maschinen eben angeht. Ich nehme mal an, dass es jetzt nicht ganz so einfach ist, die jetzt einfach zu ersetzen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt morgen ein Wettbewerber um die Ecke kommt und jetzt irgendwie bessere Maschinen dafür eben herstellt. Ich glaube, die werden eben sehr stark mitwachsen mit diesem Markt. Und am Ende ist es halt so, in dieser Wertschöpfungskette, die hängen natürlich davon, ab, wie groß die Nachfrage jetzt eben nach Chips ist. Aber eben nicht nur diese GPUs, also nicht nur diese AI-Chips in diesen Datacentern, sondern auch jetzt irgendwie Chips für selbstfahrende Autos zum Beispiel. Chips, die im iPhone drin sind. Chips, die ja vielleicht in irgendwelchen, ja, weiß nicht, Spielekonsolen drin sind und so weiter. Das heißt, wenn es halt eine Nachfrage gibt nach diesen, ich sag mal, High-End-Chips oder vielleicht auch Low-End-Chips, dann wird eben ASML davon profitieren. Die können insofern halt nicht ganz so schnell skalieren, dass ja nicht nur sie sozusagen ihre riesigen Maschinen bauen müssen. Es muss ja quasi jetzt auch noch, ASML muss ja auch genug Produktionswerkstätten oder Fabriken dann eben bauen, wo die Dinger dann eben stehen können. Weiter oben in der Wertschöpfungskette muss dann natürlich auch Datacenter geben, wo dann am Ende die fertigen Produkte stehen. Also es geht eben alles nicht ganz so schnell, aber ich denke, die Company ist ja super positioniert. Ja, also auf jeden Fall Zweiter in Europa, was ja schon mal echt ordentlich ist. Und ja, also ihr seid wahrscheinlich alle gespannt, wer Platz 1 belegt. Und das ist eine, ja, ich wollte jetzt schon sagen, kleine dänische Firma, aber offensichtlich ist es ja keine kleine Firma, sondern das wertvollste Unternehmen Europas. Novo Nordisk. Was macht dieses Unternehmen? Also das ist ein Pharmaunternehmen. Die sind an der Börse 481 Milliarden Euro groß. Im letzten Jahr 82 Prozent im Plus. Und in den letzten fünf Jahren 498 Prozent im Plus. Also eine Versechsfachung deines Geldes, wenn du das eben für dich entdeckt hast. Ich muss sagen, ich kenne die Firma ehrlich gesagt nicht gut. Also da ich ja auch diesen ganzen Pharma-Markt nie so besonders, ja, coverere. Aber ich denke, die sind gerade so in den letzten zwei Jahren halt so total bekannt und auch, ja, groß geworden. Unter anderem dann eben durch dieses Osempik. Und Osempik wird ja immer so ein bisschen so in diese Klasse der, ich sag mal, Abnehmen-Medikamente sozusagen klassifiziert. Dass es jetzt ja so diesen Boom gibt von den sogenannten GLP-1-Drugs. Das heißt, GLP-1 ist ja quasi so eine Art Hormon, das dann eben dabei hilft sozusagen, also was ja eigentlich für Diabetes-Patienten, also ist ein natürliches Hormon, was im Körper vorkommt. Und diese Medikamente wie Osempik sind ja eigentlich dafür da, dass dann eben Diabetes, ja, Leute mit Diabetes damit eben behandelt werden können. Aber dann haben eben viele Leute für sich entdeckt, dass man damit ja auch abnehmen kann. Von daher ganz viele, ja, Hollywood-Celebrities, aber zunehmend auch normale Menschen nehmen jetzt eben ab. Unter anderem, ja, durch Hilfe von, ja, Medikamenten wie eben Osempik. Und das hat dazu geführt, dass Novo Nordisk irgendwie einen raketenhaften Kurs an der Börse hingelegt hat, einfach nur, weil Leute dünner sein wollen. So, Diabetes ist ja eigentlich schon eines der größten Probleme auf der Welt, leider, ja. Wenn man jetzt eben sieht, wie sich die Diabetes-Zahlen entwickeln, vor allem in den westlichen Ländern natürlich, dann könnte man sagen, okay, selbst wenn jetzt Osempik eigentlich jetzt nur für seinen eigentlichen Zweck verwendet wird, nämlich Leuten mit Diabetes zu helfen, wäre das jetzt halt schon ein gigantischer Markt, der leider immer weiter wächst. Und dann gibt es halt jetzt halt noch diesen zweiten Use-Case, dass Leute das dann vielleicht auch, ja, nutzen, wenn sie eben keinen Diabetes haben. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie da jetzt so die Marktanteile sind, ne. Aber ich glaube sozusagen, die große Attention hat jetzt vielleicht sogar eher der Nicht-Diabetes-Use-Case so bekommen, ne. Weil klar, irgendwie so Promis, Promis, die irgendwie abnehmen oder sowas, ne. Und da ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage so in die Zukunft geschaut, ob jetzt irgendwie Osempik jetzt vielleicht auch so eine Art Lifestyle-Drug wird, ja. Also Lifestyle-Medikament, vielleicht auch so ähnlich wie Viagra oder so. Viagra wurde ja eigentlich auch, ja, entwickelt, um Leute eben, ne, mit, ja, medizinischen, ja, Conditions quasi zu behandeln. Und dann haben ja irgendwann auch Leute gesagt, okay, das kann ich auch so nehmen. Ich kenne jetzt weder, also von all diesen Medikamenten kenne ich natürlich jetzt auch nicht die Nebenwirkungen, von der weiß ich jetzt auch nicht, also ich weiß, dass man Osempik nur nehmen darf, wenn es auch von einem Arzt begleitet ist, der das Ganze dann eben auch, ja, sozusagen ordentlich überwacht. Aber wir kennen ja selbst auch Menschen aus dem Bekanntenkreis, die ja auch ähnliche Medikamente genutzt haben. Und da war der Effekt ja schon krass, oder? Oder wie hast du das gesehen? Also ich weiß nicht, ob es dieses Medikament war. Also wenn, dann war der Effekt schon krass. Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut. Tatsächlich war Novo Nordist schon lange, ja, hatte eine ziemliche Monopolstellung, was so das ganze Thema Insulin und, ja, auch Zubehör dafür betrifft. Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, also diese große Aufmerksamkeit ist tatsächlich wohl wegen den Nebenwirkungen von diesem Medikament jetzt, ja, eingetreten. Also dass da jetzt so viel Aufmerksamkeit auf das Unternehmen gerichtet wurde. Ich habe das ja tatsächlich auch schon früher oft gehört von Leuten, die sich mit Aktien beschäftigt haben, dass das so ein, ja, Hidden Champion sein könnte, aber mehr in Bezug tatsächlich auf Insulin. Und da sieht man mal, dass, ja, einfach irgendwie trotzdem auch noch Dinge eintreten können, die man überhaupt nicht mit einplanen kann. Also dass dann quasi die Nebenwirkungen eines Medikaments dann plötzlich den Unternehmenswert steigern, was man da gar nicht mit in die Forschung und ins Development mit eingeplant hat. Das ist ja auch total, ja, lustig eigentlich und spannend. Ich habe jetzt nebenbei noch mal ChatGPT gefragt, was Osempic ist, damit wir das auch richtig wiedergeben. Ich hoffe mal, dass ChatGPT jetzt hier nicht halluziniert hat, aber ich lese jetzt einfach mal die ChatGPT-Antwort vor. Übrigens, witzigerweise, habe ich nebenbei gegoogelt und habe da irgendwie aus meiner Sicht jetzt keine sinnvolle oder aus meiner Sicht jetzt keine so coole Antwort bekommen. Deshalb habe ich eben gleich bei ChatGPT geschaut. Osempic ist der Markenname eines Medikaments mit dem Wirkstoff Semaglutid. Es wird tatsächlich zur Behandlung von Typ 2 Diabetes eingesetzt. Semaglutid gehört zur Klasse der GLP-1-Rezeptor-Agonisten. GLP-1, also in der amerikanischen Presse sprechen wir mal von diesen GLP-1-Drugs. GLP steht für Glucagon-like-Peptide-1. Also Peptide, die sind so wie Glucagon, die den Blutzuckerspiegel senken, indem sie die Insulinausschüttung fördern und die Glucagon-Produktion hemmen. Zusätzlich verlangsamt es die Magenentleerung und reduziert den Appetit, was auch zur Gewichtsreduktion beitragen kann. Also abgesehen davon, dass ja unser Podcast immer kein Financial Advice ist, ist ja natürlich selbstverständlich erst recht kein Medical Advice. Aber ich glaube, Osampic ist ja so ein Thema, von dem ich ehrlich gesagt noch viel zu wenig weiß. Aber was ja so diese ganze Investment-Community sehr stark rumgetrieben hat, ich würde sogar behaupten, dass gefühlt neben dem AI-Thema vielleicht sogar dieses GLP-1-Weight-Loss-Drug-Thema vielleicht sogar eines der größten aktuell war in den letzten 12 bis 18 Monaten. Ich kenne mich mit Pharma halt überhaupt nicht aus, ja. Das heißt, sogar wenn du mir jetzt sagen würdest, Mensch, Pharma ist noch lukrativer als Tech, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt unbedingt da rein investieren würde, weil ich mich da einfach nicht so auskenne, ja. Und dann müsste ich halt quasi basierend auf irgendwelchen Narrativen irgendwie leben. Wenn es jetzt irgendwie heißt, irgendwie, weiß nicht, Eli Lilly bringt jetzt den Osampic-Killer raus, ja. Dann kann ich halt so eine Headline lesen und sagen, ja, hört sich gut an. Aber das hört sich halt genauso an wie Leute, die halt keinen Tech machen, wenn es dann irgendwie heißt, AMD bringt den Nvidia-Killer raus oder sowas, ja. Sondern dann denken sich die Leute auch, oh, AMD, hm, da muss ich ja mal rein investieren, ja, Nvidia-Schnee von gestern. Und genau so würde ich vielleicht über Pharma nachdenken, dass ich sage, hey, dieses Osampic, das kann ja seine Margen gar nicht halten oder so. Das heißt, ne, also ich glaube, ja, es ist irgendwie, glaube ich, okay zu sagen, man verfolgt so diese großen Investment-Trends, aber letztendlich würde ich mich jetzt auch nicht wohlfühlen, jetzt in Pharma zu investieren, ohne da jetzt irgendwie hunderte Stunden von Research gemacht zu haben, die ich auch nicht gemacht habe. Von daher würde ich da jetzt auch nicht Stand heute investieren, auch wenn mir jetzt jeder sagen würde, dass es jetzt voll der Hype ist. Also auf jeden Fall ein Pharma-Unternehmen an der Spitze der wertvollsten Unternehmen in Europa. Gehen wir das Ganze doch nochmal zusammen durch. Welche Branchen sind denn jetzt am stärksten vertreten bei den wertvollen oder bei den wertvollsten europäischen Unternehmen? Also wir haben im Prinzip zwei Tech-Unternehmen. Einmal eine Software-Kompany mit SAP und dann eine Hardware-Kompany mit ASML. Dann haben wir drei Konsumgüter-Companies. Zwei davon im Luxus-Bereich mit Hermes und LWM Asch. Eine davon im Beauty-Bereich, aber jetzt nicht zwangsläufig Luxury, obwohl die auch Luxury-Marken haben, mit L'Oreal. Und dann eben auf Platz eins ein Pharma-Unternehmen. Also eigentlich ein bunter Mix. Vielleicht auch so ein bisschen repräsentativ vielleicht für Europa auch, weil Europa ja auch steht für unter anderem ja auch Luxus. Und eben nicht ganz so einseitig, sag ich mal, wie in den USA. Ja, viel diverser. Also es kommt mir irgendwie auch so branchenübergreifend so ein bisschen bunter vor einfach. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich meine, wie wir am Beispiel der USA sehen, ist ja Tech ja objektiv gesehen schon das beste Business-Model. Also wäre es eigentlich, glaube ich, für Europa besser, wenn es jetzt eben mehr Tech-Unternehmen gäbe. Aber natürlich ist es auch gut, dass wir halt, also wenn wir schon Konsumgüter-Unternehmen machen, ja, dass es halt auch unter anderem mit die Besten der Welt sind. Ja, hier muss man ja auch sagen, dass es ja auch, ja, regional etwas verstreut ist. Also wir haben hier französische Unternehmen, dänisches Unternehmen, niederländisches, deutsches Unternehmen. Die Unternehmen, über die wir immer sprechen, die US-Firmen, die sind ja eigentlich fast alle Silicon Valley, oder? Also das ist ja jetzt nicht über ganz Amerika verteilt. Ja, ich würde sagen, da gibt es so zwei Hubs eigentlich. Also lustigerweise sind ja Microsoft und Amazon. Die sind ja so in Seattle angesiedelt, ne? Also quasi im Nordwesten der USA. Alles an der Westküste, ne? Also, ne, irgendwie Kalifornien-Westküste. Weiter oben geht es dann sozusagen in Richtung, ja, Seattle dann. Lustigerweise auch in den USA eigentlich kaum was an der Ostküste, sondern alles an der Westküste. Europa jetzt eben über ein paar Länder verteilt. Spannenderweise jetzt aber ohne britische Unternehmen, ja? Und jetzt mal losgelöst, ob jetzt, ne, irgendwie Brexit, ob jetzt, ne, irgendwie die UK jetzt Teil von EU ist oder nicht, ja? Also spannend ist halt, dass bei diesen europäischen Unternehmen halt einfach kein britisches dabei ist. Ach du meine Güte, sag mir mal, irgendein riesiges britisches Unternehmen fällt gerade keins ein auf Anhieb. Rolls-Royce vielleicht, aber das ist ja auch relativ nischig. Oder gehört das schon irgendwo dazu? Bei Rolls-Royce gibt es ja quasi die Autos. Und ich glaube, die haben aber auch zum Teil so Turbinen oder so. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber diese Marken, diese ganzen englischen Marken, ne, die man sich so, die man so im Kopf hat, ne, die werden dann ja zum Teil auch von den ganzen deutschen Companies aufgekauft oder sowas, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt genau zu BMW gehört und was zu VW gehört oder sowas, ne? Aber viele von diesen Marken wurden einfach so ein bisschen einverleibt, so als quasi als so Konglomerate. ARM, also A-R-M, diese Architektur, auch für diese ganzen Apple-Chips zum Beispiel machen. Die sind eine britische Company. Ich glaube, sogar ein Startup, was ursprünglich sogar aus Cambridge kommt, die sind sehr, sehr groß. Ich glaube, die sind ja auch über 100 Milliarden oder so. Genau, das heißt, die haben jetzt sozusagen unsere Top 6 jetzt noch nicht gecrackt. Aber das wäre sowohl ein spannendes Tech-Unternehmen aus Europa als auch eines aus UK, die ja jetzt in unseren Top 6 jetzt eben nicht vertreten waren. Also auf jeden Fall viel, viel bunter, was die Branchen betrifft. Kannst du mir sagen, wie groß jetzt diese European Super 6, ja, also die europäischen sechs größten Unternehmen im Vergleich sind zu unseren normalen Super 6? Also die sind natürlich kleiner, aber nicht viele kleiner. Also das denkt man gar nicht so. Also weil dieser Novo Nordisk zum Beispiel, der ist ja irgendwie, sagen wir mal, um die 500 Milliarden Dollar groß. Das ist jetzt halt auch immerhin ein Sechstel von so einem Apple oder sowas, ja, oder ein Sechstel jetzt von einem Nvidia oder Microsoft oder sowas. Du würdest ja irgendwie denken, okay, die amerikanischen Unternehmen, die sind ja 20 Mal so groß ungefähr, ne, weil jeder die kennt und die auf der ganzen Welt irgendwie gekauft werden und so. Selbst so ein Tesla zum Beispiel, ja, ist ja im Augenblick, also muss ich gleich mal nachschauen, aber die sind ja keine Trillion Dollar Company mehr. Tesla, lass mal kurz gucken, Tesla hat jetzt gerade eine Market Cap von 579 Milliarden Dollar. Das heißt, so ein Novo Nordisk ist irgendwie schon vergleichbar mit dem Tesla, jetzt von der Größe her zumindest mal, ne. Das ist aber echt ziemlich krass. Also wenn man sagt, Novo Nordisk ist fast so groß wie Tesla, das würde man ja jetzt eigentlich nicht so auf Anhieb denken. Ja, genau, definitiv nicht. Also klar, der Tesla-Aktienkurs ist irgendwie runtergegangen, die waren mal eine Trillion Dollar Company und so, ne, aber Fakt ist, Stand heute, sind die relativ vergleichbar. Wenn wir es mal kurz überschlagen, also diese Sechs, wenn wir jetzt dann quasi so ein Super-Sechs-Portfolio machen würden, ja, Europa versus Super-Sechs-Global, in welchem Größenverhältnis stehen die denn? Also, vielleicht noch kurz so als Benchmark, ne. Wir haben ja vorhin gesagt, ne, wir haben ja ein bisschen so Vergleiche gemacht. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, ein SAP ist ungefähr so viel wert wie ein Salesforce. Ne, der hat sich ja auch gedacht, dass ein Salesforce ja viel größer ist, ja, als so ein SAP. Ja, kannst du nochmal kurz dieses, ja, dieses Team gegenüberstellen? Team Globale Super-Sechs gegen Team Europa Super-Sechs. Wie groß oder wie klein sind die gegeneinander? Ich habe es mir ja rausgesucht, ja. Ja, cool, ja. Ich habe vorhin in der S-Bahn noch ein paar Zahlen zusammengetragen. Mit dem europäischen Super-Sechs-Portfolio hättest du im letzten Jahr 31% gemacht. Das ist natürlich bei unseren Super-Sechs, also den amerikanischen Super-Sechs, natürlich irgendwie deutlich mehr. Ich glaube, da waren es irgendwie 70 oder 80% oder sowas, ne. Über die letzten fünf Jahre, jetzt wird es aber spannend, über die letzten fünf Jahre hättest du dein Geld ver-2,3-facht mit diesen europäischen Titeln, ne, also irgendwie 100 Euro investiert, heute 230 Euro, also ganz ordentlich. Wenn du im gleichen Zeitraum dein Geld in die Big Five investiert hättest in den USA, dann hättest du dein Geld auch nur verdoppelt, ja. Also das heißt, ohne Nvidia hätte man quasi hier in den europäischen Super-Sechs sozusagen sogar eine bessere Rendite gemacht. Die europäischen Super-Sechs hätten in den letzten fünf Jahren besser performt als die amerikanischen Big Five, was ich irgendwie fast gar nicht glauben kann. Also Microsoft in den letzten fünf Jahren irgendwie plus 225%, Apple 320%, das ist schon mal mehr, Google 216%, Amazon 94%, Meta 162%. Ich glaube, das liegt halt daran, also dass in Europa halt wiederum so ein Novo Nordisk hatte, so ein Rockchip war, ja, und sich halt irgendwie verfünffacht hat, so in den letzten Jahren. Also wir haben ja quasi den Ausreißer bei den USA ja rausgenommen, quasi mit Nvidia, und in Europa aber drin gelassen mit Novo Nordisk, wobei ASML sich auch verfünffacht hat. Das heißt, so gesehen, ja auch so ein krasser, so ein bisschen so ein Ausreißer. Ich glaube, Fazit, also klar, performen jetzt die US-Aktien schon besser, aber jetzt nicht hundertmal besser, wie man sich das vielleicht denken würde, wenn man irgendwie sagt, hey, Moment mal, auf der einen Seite ist irgendwie so Handtaschen, so Louis Vuitton, auf der anderen Seite wie Google oder so. Da war die Performance gar nicht so unterschiedlich in den letzten fünf Jahren. Ja, und es zeigt auch, dass man durchaus nicht immer über den großen Teich schauen muss, ja, um interessante Aktien und interessante Unternehmen zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen und auch zu investieren. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch. Was sagt es denn aus deiner Sicht für den Standort Europa aus, dass jetzt solche Unternehmen oder gerade diese Unternehmen jetzt zu den Größten gehören? Da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ja. Also ich glaube schon, dass die Amis sich so ein bisschen lustig über uns machen, dass wir halt ein Kontinent sind, der halt mit Luxushandtaschen halt sozusagen sein Geld verdient, ja. Und die zynische amerikanische Sicht ist ja so ein bisschen, dass halt in Amerika halt der Fortschritt halt stattfindet, die Forschung und irgendwie Stanford und Harvard und so weiter und AI und Google und so, was ja auch alles richtig ist. und dass Europa immer mehr zu sein hat, Freilichtmuseum irgendwie verkommt, wo du halt irgendwie hingehst, um dir den schiefen Turm von Pisa anzuschauen und der Eiffelturm und die Croissants. Und den Croissants zu essen. Genau, die Croissants. Und die Pizza und Venedig und so ist ja irgendwie alles ganz nett. Und wenn du da bist, dann kannst du auch nochmal eine Handtasche kaufen und so, ne. Ich glaube, das ist ein bisschen überspitzt, aber ein bisschen, was ist da schon dran? Wir können ja irgendwann mal auch einen genaueren Blick auf chinesische Firmen werfen, weil das würde mich auch interessieren, was da eigentlich in Asien los ist. Korea, China, Japan. Es gab ja früher auch wirklich sehr, sehr große japanische Firmen. Das wäre vielleicht mal Stoff für eine nächste Folge. Genau, das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Aber ich fände es jetzt auch spannend, sozusagen mal von unseren Super 6. Mal abzuweichen, auch mal über andere Companies zu sprechen und dann eben auch ein Gefühl für deren Zahlen zu bekommen. Ich hoffe, für euch Zuhörer war es auch spannend. Das heißt, wenn ihr Ideen habt über andere Companies, die wir in Zukunft mal covern sollten, über andere Märkte, über andere Industrien. Heute haben wir unter anderem auch wieder über Handtaschen gesprochen, ja. Dann, genau, meldet euch gerne, schreibt es in die Kommentare bei YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok und so weiter. Also, bis dann. Tschüss, Theo. Ciao.